Nun gut, da sind wir doch gestorben, aber wir versuchen es zu verziehen nochmal. Mensch, ich will den Auftrag machen hier, seine Scheiße wieder. Ah, die lösen Bums hier. Wo geht Oda hin? Aus auf jeden Fall. Ist ja eigentlich geil, aber da ist... Geil. Du scheinst verwild zu sein, Tark. Wann immer du mich angreifst, stirbst du. Boah. Wir müssen erstmal... Die könnten alle killen hier. Geil. Sehr. Manchmal haben wir nur Glück und der Kunde kommt alleine. Was macht der hier Emulis? Das ist schon dumm. Aber wie der Wind... ...diene mir! Bringe ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Wenn ich du wäre, würde ich lernen, was ein Geist ist. Dann hast du vielleicht eine Chance, die Hexerei des Grabwandlers zu überleben, so wie ich. Wo kommt? Jetzt sind alle her. Tief gefallen, aber nicht tot! Jetzt töten! Ich dachte, ich hätte ihn noch gesehen. Du kannst mir nicht wehtun! Ah, ok. Weg! 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 Jetzt rennen wir halt hier im Kreis die ganze Zeit. Das können wir auch machen. Und dass der Sinn von der ganzen Scheiße ist. Ich habe neben einem Holzling gekämpft. Und er war besser als jeder Hauptmann, den ich je sah. Das muss der viele Gork sein, den sie bekommen. Ich glaube, ich habe etwas gerochen. Das wird nichts! Ich habe dich unterschämt. Verpiss dich! Das muss man sich aber eigentlich umhören. Oh, der haut ab, der haut ab. Der ist der Assi. Der ist wirklich scheißter Typ. Das muss ich sie nicht brauchen. Da ist der Knack! Knack ihn wieder! Der ist sicher schon längst fort. Weiter zu suchen ist dinglos. Der Schleicher ist weg! Ich wollte ihn doch facken! Was ist das? Gut, das geht bei dem nicht. Oh, da! Oh, da! Wenn er zurückkommt, dann kämpfen wir! Komm raus! Jawoll! Äh! Du Nerr! Ich bin zu klug für dieses Prinz! Warum fliehst du so weit? Was geht bei dem nun? Oder? Die laden sich wieder auf die Idioten, das ist scheiße. Mist, 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 Mist. Mist, Mist. Mist, 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 Mist. Ich zermeine dich! Scheiße! Das ist die Scheiße! Jetzt ist es schon eigentlich grün, jetzt ist es geherrschen! Informationen sammeln, rüber, am besten gleich den hier. Einfällig in Schleich, Todesstößen, geil! Bauchfrucht verspülen. Okay. Beigeben. Das ist meine quasi, oder was? Beigeben. Der Knackenjäger. Okay. Schütze oder behauscht. Gut. Das ist quasi jetzt Kumpel. Wo ist der nächste Biffel? So geht das? Scheiße ist er tot gegangen. Du musst warten, bis die grün sind. Nur die Stärke des Steins übersteht die Flut. Überstehe die Wellen des Häuptlings und er zeigt sich uns. Häh? Da reg' ja auch mal Zeit, der Urus immer noch um auszulösen. Das ist ja nur kein Problem. Wenn ich ein Schütze oder Jäger sein sollte, würde ich Jäger werden. Kein Pfeil kann so eine große Sauerei aus den Feinden machen, wie es Späne verbinden. Geht 3 Book! Book! Beigeben, Blech! Sieht immer wieder! Ich muss das ein Schütze! Hä? Alle auf einmal! Bring ich ihn halt um, wenn er so ist. Da ist der! Eins gegen eins! Schleicht da jemand um hier? Du entkommst! Ich hab ihn! Schleicht hier! Nein! Scheiße! So wurde ich nicht gedacht! Nichts! Hände mir mal. Jetzt holt's. Oh! Jetzt gehe ich wieder raus hier. Machen wir die ganze Schoße wieder von hier. Ich habe einem Karago das Gebiss auf den Maul gerissen und ihn mit den eigenen Reisenkauten büdet. Ich habe einen Schoen. Ich habe einen Schoen. Da ist der Dämon! Ja! Du kämpfst gut, doch bald wirst du ermüden und ich werde dich aufschlitzen. Kommt mal mit raus jetzt hier, denn der Burg ist scheiße. Er ist weg, was für ein Feigling! Das läuft nicht nach Plan! Hä? Nee. Nichts! 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 Das ist doch wieder scheiße gelogen! Ach komm! Wie ist das? Jemand ist nicht zufrieden, oder? Ja, ich weiß nicht. Was? Nee. Hab ich dich nicht schon getötet? Mist. Sinnlos, sinnlos wieder. Sinnlos, sinnlos wieder. Ein Geiger ist ein Schwerpunkt, in diesem Gemeinschaft. ist ja wirklich dünner wie dämlich ist das ich habe ich doch so eine scharfe klinge ich habe das gesehen weg 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 das ist so sinnlos dass der hier abhaut der typ wirklich das ist wirklich schrott und Ähm. Ich bin erst mal da. Wir haben für eine bessere Welt gekämpft. Das Chaos wird siegen. Beherrschen. Befähigen. Gebrannt. Jawohl. Endlich. So soll das sein. So soll das sein. So soll das sein. Der war Schriftgelehrter. Der ist auch uns. Gut. Gut. So. 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 Da haben wir wieder eingebrannt. Das war das Ziel. Das war das große Ziel. So. 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 Was sind es mit den Pfeilen hier? Der Ring hat es benötigt. Okay, das können wir machen. 2050, das warten wir jetzt noch, damit wir mehr Pfeile haben. Jetzt haben wir auch nicht mehr gemacht. Gut, hier machen wir erstmal einen Cut. Wir haben wieder einen Häuptling gebrannt. Das war gut. Dann machen wir das nächste Mal dann weiter. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute.